Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Unboxing auf Unboxing Sartox. Diesmal habe ich eine komplette Serie und zwar die Serie Princess Princess. Die war jetzt mal günstiger auf Amazon im Angebot, deswegen habe ich gleich beide Volumes gekauft. Und natürlich fangen wir mit dem ersten Volumen an und holen diese aus der Folie. Das ist so als Mediabook designt. Ich mache jetzt erstmal die Folie ab und dann kann man es einfach näher zeigen. Hier hinten ist erstmal der Zettel mit der Besodeninhalt sowie die Länge. Geht 180 Minuten. Es sind also insgesamt 12 Folgen. Ich glaube auch hier an der Seite irgendwo. Ja hier Episoden 1 bis 6. Und ja, das ist die Außenhöhle. Dann gucken wir mal rein. Hier ist einmal Werbung für den Manga. Dann ist hier noch irgendwas Mitmachen und Gewinn und Anime-Virtuell Werbung. Das ist ja heute Kase. Ja, hier haben wir auch schon die erste DVD. Und hier die zweite DVD. Und dann ist hier auch bei dem anderen in der Mitte ein Buckley. Und dann sollte man natürlich mal reingucken können. Da habe ich noch eine Verzeichnung. Ja, das war auch schon das erste Volume. Und da kommen wir natürlich auch gleich ohne umschweife zum zweiten Volume. So, das geht wieder weg. Und hier haben wir auch wieder. Die Rückseite geht auch wieder 180 Minuten. Also wieder exakt 6 Episoden. Und dann haben wir hier das, wie es von außen aussieht. Ja komm. Hier haben wir die dritte Scheibe. Und hier die vierte. Und hier ist auch wieder ein Buckley mit drin. Und hier ist auch wieder mit dem Kartoffeln. Und hier haben wir noch komplett die Kartoffeln. Das war's auch schon. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und in diesem Moment, wo ich das Video drehe, uploadet gerade die erste Folge zu Buckley Aktuell TV. Den Link findet ihr von Anfang an hier unten. Schaut mal vorbei. Vielleicht gefällt es euch ja. Dann bis zum nächsten Mal.